Achtung, dieses Video könnte einen Hauch Sarkasmus, Zynismus und Schismus enthalten. Andernfalls wäre es mir nicht möglich, ohne Kraftausdrücke ein Video zu den nun folgenden Gebissen zu machen. Ich lade euch also herzlich ein in die Folterkammer der Pferdewelt, in der sich alles um Kontrolle durch maximale Schmerzen dreht, die durch perverseste Kreativität gekennzeichnet ist. Die Gebisse sind nicht nach Perversität geordnet, da die Entscheidung deutlich länger gedauert hätte, als die Frage, welches Adventskalendertürchen als nächstes geöffnet werden muss. Allein die Namen diverser Gebisshersteller sind schon der größte Witz, in Anbetracht dessen, welche Werkzeuge sie anbieten. Trust, Soft Control, Feeling. Los geht's. Wer hat sich noch keine Kombination aus Zweiringdrense, Pelhem und Hackamore gewünscht? Dazu ein runder Nasenriemen, der nicht flächig aufliegt und drückt. Welch ein Segen ist es doch, dass man die Wirkung auf Nase und Maul angeblich differenzieren kann, sieht man im Parcours aber eher selten, wenn meist Heerspringreiter mit vollem Gewicht in den Leinen bzw. Zügeln hängt. Ein Baby-Pelhem, ein vergleichsweise harmloses Gebiss und dennoch, es soll Babys geben, die ihren Eltern schon die Nasen gebrochen haben. Vergleichbar ist die Wirkungsweise dieses Schmuckstücks auf jeden Fall. Die Rollen in der Mitte des Gebisses laden zu züchtigen Zungenspielen ein, denn das ist alles, was man für ein losgelassenes Pferd braucht. Gebrochene Hebelgebisse sind ohnehin eine richtig schlaue Idee. Nee, nicht. Blueberry Gag. Schon der Name klingt wie ein schlechter Scherz. Die Ketten sind freundlicherweise versetzt angebracht, damit sie sich gegenseitig nicht in ihrer Bewegung behindern. Mit diesem Gebiss geht nicht nur der Kopf des Pferdes nach oben, vermutlich kommt er auch nie wieder nach unten zurück. Dieses Gebiss verbessert die Komfort- und Reaktionsfähigkeit des Pferdes bei maximaler Kontrolle. Geil und richtig glaubwürdig. Zu diesem Gebiss fehlen einem genauso die Worte wie Produktbeschreibungen im Netz. Eine Kundenbewertung besagt, funktioniert gut. Na dann? Eine hübsche Kette für sie, ihn, ah, nee, das Pferd. Das Spiel mit der Kette entspannt das Pferdemaul. Na sicher. Ein Feuerzeug unterm Hintern wärmt auch von innen. Und wenn man Bock hat, ein Stück Zaun ins Pferdemaul zu legen, asymmetrisch gedreht. Aua. Extrem scharf. Aua. Nur als letztes Mittel benutzen. Aua. Warte, was? Letztes Mittel vom Metzger? Oder bevor man solche Pferde mit Basisarbeit korrigiert. Mal ehrlich, letzteres dauert auch viel zu lang und so ein nettes Teil für unter 20 Euro? Schnapper. Die Wassertrensen-Version sieht dann auf einmal gar nicht mehr so pervers aus, oder? Das Rüsselgebiss zum Flötespielen für ihr musikbegeistertes Pferd. Aufziehtrense und Mehrgliedergebiss in einem. Multitasking im Pferdemaul. Druck auf Nase, Kinn, Genick, Maul. Damit das Pferd auf jeden Fall weiß, wohin es nun gehen soll. Und es in jeder Richtung schön wehtun kann. Aber hey, ist gebisslos und so nett. Die Kette hält das Pferd davon ab, sich auf das Gebiss zu legen und einzuschlafen vor Müdigkeit. Oder war es doch die schlechte Ausbildung, die dafür verantwortlich ist? Halb Kette, halb Stäbchen. Wenn man sich mal wieder nicht entscheiden kann, ob man Schmuck tragen oder chinesisch essen möchte. Ich denke, bei dem Anblick erübrigt sich ein Beitrag zur Funktionsweise von Zungenstreckern, oder? Nichts Zunge mehr bewegen können diese. Scheißegal, wie Zungenfehler entstanden sind. So hat man das Problem optisch behoben und das Pferd darf still weiter leiden. Have fun. Steigergebisse. Pferd steigt, Gebiss drückt die Zunge in gleicher Intensität, wie das Pferd steigt gegen die Laden. Pferd merkt Autsch und steigt erst mal nicht mehr. Vielleicht. Oder es eskaliert vor Schmerzen und es gibt Tote. Vielleicht sollte man sich lieber überlegen, warum das Pferd steigt, anstatt es mit Schmerzen gefügig zu machen. Nur so eine Idee. Hey, dann müsste Löstau dieses Gebiss auch nicht mit effektiver Kontrolle beim Führen und Steigen kann verhindert werden bewerben. Trust dem Zungenstrecker von Trust. Der korrigiert Zungenfehler ohne die Ursache zu erkennen. Vertrust me. Die Zunge kann weder seitlich nach oben, nach unten, nach hinten oder nach vorne rausgestreckt werden. Aber hey, nur für kurze Zeit verwenden. Sonst geht Trust verloren. Ist nur zur Korrektur von Problemen, von denen man nicht weiß, wie sie entstanden sind, gedacht. Merke, alles mit vielen Gliedern, spannende Konstruktionen, Gebisse, wo man nicht weiß, wie man sie ins Pferdemaul legt und druckerzeugenden Flächen gehört nicht ins Pferdemaul.